Die Ordos wurden fast ausgerottet. Ja, das haben wir in der letzten Folge gemacht, also gegen die Ordos vorgegangen und jetzt soll es gegen die Harkonnen gehen. Man sieht, die Atreides sind stark auf dem Vormarsch, aber das wollen wir auch nicht unterbrechen. Also geht es jetzt hier weiter, schauen wir es uns an. Der Imperator hatte lange Verhandlungen mit dem Baron. Ich fürchtete schon ein Bündnis. Aber heute hat mein Herr den Harkonnen alle Hilfe versagt. Versteht ihr? Die Harkonnen sind auf dem Rückzug in die Bestattungsebene. Sie rennen wie die Hasen. Schlagt jetzt zu, schnell, schnell! Solange die Möglichkeit besteht, sie zu vernichten. Weil ich nicht sterben wollte, gehen jetzt tausend Männer in den Tod. My Lady, ihr sagtet doch selbst, dass die loyalen Atreides für ihren Herzog sogar sterben würden. Wir geben ihnen gerade die Möglichkeit dazu. Wir? Dank ihres kleinen Auftrittes werden meine Sardukar die Atreides mit einer Übermacht empfangen und ihnen großzügigerweise ein Kriegerbegräbnis in der Bestattungsebene zukommen lassen. Eure Großzügigkeit, mein Lord, insticht mich. Aus gutem Grund. Einsatz 7 Die Harkonnen haben sich zurückgezogen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den entscheidenden Schlag gegen sie. Suchen Sie die Feiglinge und verwandeln Sie den Rückzug in ein Gemetzel. Lassen Sie nicht zu, dass Sie sich wieder sammeln. Für diesen entscheidenden Angriff stellen wir Ihnen unsere fortschrittlichsten Waffen zur Verfügung. Setzen Sie sie gut ein. Einsatzziel vernichten Sie Haus Harkonnen. Viel Glück. Es folgt eine Beschreibung der neuen Einheit und Gebäude, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ein Schallpanzer. Voraussetzung schwerer Waffenfabrik und X-Forschungszentrum. Bewaffnung ausreichend. Schallpanzer sind am wirksamsten gegen Infanterieeinheiten und ungepanzerte Fahrzeuge. Reichweite Mittel, 12 kmh, Panzerung Mittel. Schallpanzer sind verwundbar durch Raketen und großkalibrige Geschütze. Vorsicht, ein Schallpanzer beschädigt jede Einheit im Feuerbereich. Quasi friendly fire, ne? Was haben wir noch? Ornithopter. Voraussetzung verbesserte Hightech-Fabrik. Bewaffnung der nur schwach gepanzerter Ornithopter ist das schnellste Flugzeug auf Dune und kann 250 Kilo Bomben abwerfen. Diese Einheit ist am wirksamsten gegen Infanterieeinheiten und ungepanzerte Ziele, kann aber sogar gepanzerte Ziele beschädigen. 168 kmh, unbegrenzte Reichweite und Panzerung Ornithopter können nur von Flugabwehrwaffen beschädigt werden. Raketenturm. Voraussetzung verbesserten Bauhof und Außenposten. Einsatzzweck, Verteidigung des Stützpunkts. Der erheblich aufgerüstete Raketenturm hat eine größere Reichweite und eine deutlich größere Feuergeschwindigkeit als der Geschützturm. Das verbesserte Zielerfassungsgerät des Raketenturms benötigt zum Betrieb allerdings elektrischen Strom. Panzerung schwer. Der Raketenturm ist sehr widerstandsfähig gegen kleinere Geschosse und gegen Sprengstoffe, kann aber mit Raketen oder großkalibriger Munition beschädigt werden. Alles klar. Auf geht's. Okay, schrauben wir uns hier ein bisschen um. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Bestätigt. Ende. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. Wächst hier rüber. Jawohl, Sir. So. Wird gebaut. Fangen wir mit Strom an. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Jawohl, Sir. Bereit, Commander. Bestätigt. Ende. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Wird gebaut. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. Für den Herzog. Wird gebaut. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt. Ende. Ja, Sir. Konstruktion bereit. Bestätigt. Ende. Wird gebaut. Bereit, Commander. Bestätigt. Ende. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Bereit, Commander. Für den Herzog. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt. Ende. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ende. Jawohl, Sir. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Bereit, Commander. Bestätigt. Ende. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Bestätigt. Ende. Bereit, Commander. Bestätigt. Ende. Jetzt haben wir ein bisschen was erforscht. Für den Herzog. Und jetzt bauen wir noch ein bisschen Geld. Dann bauen wir uns hier ein paar Türmein, oder so. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Wird gebaut. Dann kommen wir noch mal hier rüber. Bereit, Commander. Mit einem Trupp von euch. Für den Herzog. Und vielleicht die Bandsch. Bestätigt. Ende. So. Bereit, Commander. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Bestätigt. Ende. Ja, Sir. Für den Herzog. Ihre Befehle, Sir. Ihre Befehle, Sir. Jawohl, Sir. Bereit, Commander. Bereit, Commander. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Ach so. Pause. Abgebrochen. Wird gebaut. Brauchen mehr Strom. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Wird ausgebildet. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Ihre Befehle, Sir. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Ihre Befehle, Sir. Bereit, Commander. Ja, Herr Befehle, Sir. Na, was sehen, wann sie kommen. Bis jetzt haben sie uns ja in Ruhe gelassen. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Das war unsere Basis schön befestigen hier. Wird ausgebaut. Wird ausgebaut. Konstruktion bereit. So, noch einen, das muss der erst bereiten. Neue Bauoption. Wird gebaut. Dann geht uns auch das Geld aus. Dann müssen wir wahrscheinlich hier noch mehr Arfinerien bauen. Ihre Befehle, Sir. Jawohl, Sir. Jetzt sparen wir auf eine neue Arfinerie. Und dann machen wir Fahrzeugfabrik und dann machen wir noch anderes Zeug. Konstruktion bereit. So, erst mal. Verstärkungen sind eingetroffen. Aha. Okay. Ihre Befehle, Sir. So, was? Bestätigt Ende. Und die Panns sind hinten mit hier oben. Bestätigt Ende. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Bereit, Commander. Bestätigt Ende. So. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Schnell mal sammeln, ja? Nicht so lange dauert. So möglichst schnell hier die 1.000, wie viel brauchen wir 1.500 für die zweite Raffinerie kriegen. Dass das hier alles ein bisschen flüssiger geht. Nicht gleich so voll. Gut, alles ruhig. Und dann brauchen wir Fahrzeugfabriken. Ja, Sir. Warnung, die Alkohlen ziehen sich nicht zurück. Es ist eine Falle. Okay. Ihre Befehle, Sir. Das ist gut, gut, gut. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Bestätigt Ende. Einheit verloben. Einheit verloben. Für den Herzog. Da kann man anreisen. Einheit verloben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, Sir. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Bereit, Commander. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt Ende. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt Ende. Jawohl, Sir. Spice-Sammler wird angegriffen. Jawohl, Sir. Einheit verloben. Bereit, Commander. Ja, Sir. Jetzt sieht es doch ganz gut aus, muss ich sehen. So, aber wir wollten eigentlich auch eine Raffinerie bauen. Wird gebaut. So, der erste große Angriffswelle haben wir abgewehrt. Mal gucken, wie lange es bis zur nächsten dauert. Ich glaube, die Türme haben uns hier schon ganz gut geholfen. Aber da kommen sie schon wieder. Ja, Sir. Oh, Mist. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Und wir brauchen die Türme keine Energie. Also die Türme, ne? Konstruktion bereit. Wird gebaut. Wird gebaut. So. Strom, Strom, Strom. Na, ach, das ist besonders lang. Konstruktion bereit. Gut. Dann sind wir wieder. Und jetzt braucht man eine leichte Waffenfabrik als nächstes. Wird gebaut. Da kommen schon die nächsten Freunde. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Für den Herzog. Bereit, Commander. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Bereit, Commander. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Bestätigt Ende. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird ausgebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion bereit. Für den Herzog. Bereit, Commander. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Für den Herzog. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Ähm. Was will ich hier hin tun? Windfaller. Wird gebaut. Ja. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Konstruktion bereit. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit bereit. Bereit, Commander. Für den Herzog. Bereit, Commander. Für den Herzog. Für den Herzog. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Ein bisschen zurückziehen. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Für den Herzog. So. Na, Geld geht uns langsam aus. Aber die Basis wächst. Konstruktion bereit. Neue Bauoptionen. So. Wird gebaut. Wir brauchen mehr Strom. Keine, ob es hier hinterbauen. Besser könnten sie dann von hier oben. Oder? Können sie von hier oben kommen? Vielleicht. Gucken wir mal, ob irgendwo noch einer dazwischen passt. Wird gebaut. Das leisten wir uns mal im Moment noch nicht. Konstruktion bereit. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Wir müssen es weiter hier rüberziehen, dass wir den Platz hier nutzen können. Und dann können wir uns weiter hier rüberziehen, dass wir den Platz hier nutzen können. Konstruktion bereit. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Ich hoffe, wir müssen es sehen, wenn sie von hier kommen sollten. Konstruktion bereit. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Hier passt keine Größe mehr drunter. Da kommen sie schon wieder hin. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Für den Herzog. Ihre Befehle, Sir. Jawohl, Sir. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Neue Bauoption. So, jetzt können wir nämlich eine Raumhafenbahn. Da müssten wir dann hier unten hinsetzen. Wird gebaut. Überhaupt noch Platz haben. Konstruktion bereit. Wir versuchen es. Das ist aber auch blöd. Wir haben ja nirgends schon mehr Platz für Kraftwerken. Unser Stützpunkt wird angegriffen. In dieser blöde Stein hier nicht mehr. Wird gebaut. Ah, das kommt von da drüben. Bereit, Commander. Bestätigt Ende. Bestätigt Ende. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Für den Herzog. Das sind unsere Platz nicht mehr. One-hack, oder? Beleiten, Demon-hacken. anders, bin ich aner- und wundersagen. Bereit, Commander. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt Ende. Chin-hacken. 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 Halbortion. Ihr Befehle, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt Ende. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, jetzt bauen wir langsam mal wieder Verteidiger. Konstruktion bereit, wird gebaut. Na komm, fahr frei. Ach du Schreck, ist das Geld ausgegangen. Bereit Commander, für den Herzog. Bestätigt Ende. Bestätigt Ende. Bestätigt Ende. Jawohl Sir, für den Herzog. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit bereit. Ihre Befriede, Sir. Ihre Befriede, Sir. Jawohl Sir. Ihre Befriede, Sir. Jawohl Sir. Gerade haben wir ein bisschen Geld zurück und jetzt können wir uns so ändern. Ja Sir. Ich fahr schön rein in meinen Türmen. Für den Herzog. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut. Unser erster Carrier. Ihre Befehle, Sir. Für den Herzog. Noch vier Minuten. Und ich komme sie nicht mit massiven Einheiten. Noch drei Minuten. Dem kann ich mich nämlich im Moment nicht erwehren. Noch zwei Minuten. Was ist mit dem? Bereit Commander. Bereit Commander. Noch eine Minute. Da kommt er. Erstellung registriert. Lieferung in fünf Minuten. Noch vier Minuten. So geht es doch alles schon viel schneller. Noch drei Minuten. So geht es doch alles schon viel schneller. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Noch zwei Minuten. Ich hoffe er kommt wieder her. Außerhalb der Karte gewesen. Noch eine Minute. Lieferung in fünf Minuten. Ja, Sir. Bestätigt Ende. Noch vier Minuten. Noch vier Minuten. Wird ausgebaut. Noch zwei Minuten. Wird ausgebaut. Noch zwei Minuten. Noch zwei Minuten. Noch zwei Minuten. Wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020